...lack entschieden hat. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, blöd, sagt der Steffi Graf. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Matchball für Steffi Graf. Applaus Absolut ohne Probleme übersteht Steffi Graf. Die erste Runde der diesjährigen French Open. Sieg nach einer Spielzeit von nur 54 Minuten absolut ungefährdet mit 6 zu 3 und 6 zu 2 gegen Larissa Neyland aus Lettland. Und kommt damit auch im fünften Aufeinandertreffen zum fünften Erfolg Steffi Graf.